Eine langjährige frauenpolitische Forderung könnte in der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Wahl erfüllt werden. Das Einkommen des Partners sollte bei der Berechnung der Notstandshilfe keine Rolle mehr spielen. Dazu müsste das Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert werden. Worauf die Grünen drängen, SPÖ und FPÖ signalisieren Zustimmung. Wer arbeitslos wird, Arbeitslosengeld bezieht und länger keine Stelle findet, kann Notstandshilfe beantragen. Es handelt sich um eine Versicherungsleistung im Gegensatz zur Mindestsicherung, die jenen zusteht, die davor gearbeitet haben. Allerdings wird die Notstandshilfe gekürzt, wenn man in einer Partnerschaft lebt und der Partner Geld verdient. Es kann nicht sein, dass man in einer ohnehin sehr schwierigen Lebenssituation, wenn man nämlich auf die Notstandshilfe angewiesen ist, auch noch dazu in einer Ehe- oder Lebenspartnerschaft ist, vom Partnereinkommen abhängig wird und keine eigene Existenzgrundlage mehr hat. Dass das Einkommen des Partners mit einberechnet und die Notstandshilfe entsprechend gekürzt wird, das betrifft laut den Grünen insgesamt mehr als 230.000 Menschen, Kinder und Partner mitgerechnet. Ein Antrag, um das zu ändern, wurde von den Grünen eingebracht. SPÖ und FPÖ signalisieren Zustimmung. Nächste Woche könnte es also eine Einigung geben.